Da ist Heiltrank übrig. Pilz, 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 Pilz. Clemmy ist bald da, fällt mir grad auf. Wer ist bald da? Clemmy. Hi Clemmy. Hallo. Ich glaub ich geh jetzt raus, denn dann nehm ich die Höhle auf. Boah, endlich ist das Ding ganz vorbei. Jetzt kann ich auch runterkommen. Was war das mit der Plattform? Wo sind meine Plattformen? Da. Ach man! Nein! Verdammt! Dreck! Heiliger, hilf mir! Bitte! Bitte Clemmy! Ja, ich helfe dir. Heilige Mutter Maria. Boah! Gott, Alter, hinten kommt wieder ein Gaylord, Alter. Ja, jetzt bin ich da. Solltest du mir helfen, nicht sterben! Ja, super! Wenn ein Mutterslime und ein Gaylord von hinten kommen. Mutterslime. Und ein Mutterslime. Und deine Mutterslime. Deine Mutterslime, Alter. Ja. Gaylord verfolgt mich! Von hinten. Lesser Healing Potion. Das sind meine Pilzen. Wie gut, dass du das immer dabei sagst. Boah, ich habe keine Chance mehr, das zu überleben, ey. Ja, ganz hinten! In der Höhle! So, ich bin hier im Wasserloch. Achso, ich bin hier im Wasserloch. Aber ich bin hier falsch. Das kann gut sein. Sterb, geh, Lord! Boah, ich habe hier keine Chance mehr zu überleben. Beile dich mal! Mit deiner Hilfe kann ich es vielleicht nur schaffen. Mit Clemys? Nein, mit deiner! Da, nee, hop, hop! Ich wollte schon sagen. I need your help! Komm, John. Merchant has arrived. Wow, wir haben Merchants! Hooray! Plattform. Danke. Ja, bitte. Puh. Ich lebe! Alter. Du musst unbedingt meinen Grappling Hook auf 3 legen, ey. Das ist da bei mir schon auf 2 von der ganze Ewigkeit. So. Ach, Dani, dir ist auch gerade aufgefallen, dass da ziemlich coole Sachen sind, ne? Ich dachte, der Kupfer wäre für dich scheiße. Nee, ich meine ja nicht die Vase hier an der Seite. Achso. Nee, ich habe das Kupfer gemeint. Das mit der Vase habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Aber hier in der Umgebung ist auch nix. Ich glaube, ich... Bewege mich mal hier nach oben. Geh in Himmel! Ich bewege mich hier in Himmel. Was willst du im Himmel? Keine Ahnung. Engel kennenlernen. Ich bin mal auch zum Himmel gegangen. Okay. Ich gehe jetzt auch zum Himmel, aber manuell. Also ich steige nach oben auf. Achso. Ich habe wieder Plattformen gefunden. Hurra! Der Hammer. Aber das war es noch nicht mit meiner Erkundungstour. Hier an der Seite gibt es sicher auch noch irgendwas Praktisches. Ich hänge mal ein paar schöne Lampen auf. Okay. Machst du das? Ihr habt ja auch noch diese vom Dungeon, oder? Ja, ich habe einen in die Kiste gelegt. Na! Haaa! Haaa! Verdammt! Falschhaden ist so. Nimmst du mein Geld mit, schnell bitte? Klar, Mann. Okay. Mach irgendwie auch gerne. Kannst du mir gerade irgendwie 50 Silber geben, bitte? Äh... Ich habe 29. Ja, verkaufe ich schnell ein paar Sachen beim Merchant. Ich habe ja Edelsteine gefunden! Shop! Was willst du mit dem Geld machen? Wir werden einen Mininghelm kaufen. Toll. Hey, ich habe glaube ich eine Pilzform gefunden. Die ganzen Flaschen, wozu braucht man denn Bottles? Cool, ich craft mir mal ein Mana-Kristall. Da war irgendwo so ein... Wow, ich habe jetzt einen Mana! Du Penner! Hi. Hey. Was? Ich brauche ein Gold. Wie kann ich mir hier ein Gold machen? Jo, ich habe eine Pilzform oder so. Goldall kann man für ordentlich Gold verdicken. Wart wo? Ich brauche Pilzform. Ja, hier ist eine Pilzform. Komm mal zu mir. Hier ist eine. Aber hier ist uns richtig... Ey, nicht so viele Slimes. Geht eigentlich ein Mudderslime. 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 Und... Ein paar Millislimes. Irgendwelches Zeug, was ich hier verkaufen kann? Ah. Geil. Ey, du hättest mir immerhin... Ich verkauf jetzt Kupfererz. So, jetzt habe ich 8 Gold. Mininghelm. Danke sehr. Ja. Ein Defense, aber er bringt mir Licht. Das ist das Wichtige. Das ist schön. Lol, aber ich renne wirklich sehr schnell. Wo ist denn eine Pilzform? Hier oben, bei mir. So, wer will denn Goldheim haben? Dann können wir bald eine eigene anlegen. Ich, weil meiner beschissen aussieht. Ja, dann gib mir in Zukunft die scheiß Mana-Kristalle. Okay? Ich krieg das nächste Mana. Ja, ja. Im paar Sinne des Wortes beschissen. Was bringt dir jetzt, dass du ein Mana hast? Gar nichts. Wir müssen eh noch Items finden für die... Also die Mana verbrauchen. Ah. Ah, man braucht Items um Zauber benutzen zu können, oder wie? Richtig. Was ist das für ein Mist? Du kriegst gleich von mir einen Goldhelm. Okay. Pilze abwärmen. Gib mir mal eben ein paar. Ich brauch mal eben... Ja, ich hab welche. Ja, du kannst die... Du kannst die Riesenpilze abwärmen. Hey, ich brauch auch Pilze. Und ich frag niemand. Wachsen sie eigentlich nicht nach, wenn man die... Also wenn man die jetzt nicht abwärmen würde? Ne, wir müssen... Ja, doch würden die... Also... Das ist wie mit Bäumen, aber... Lassen wir doch hier ein paar stehen lang. Ne, wir machen selbst eine eigene Farm. Und so. Bau mal ein bisschen Dreck ab. Na, im Moment. Wir sehen diesen Scheiß Schleimtöden. Wo seid ihr? Hier! Ich komme! Wer von euch will jetzt einen Goldhelm? Ich nicht. Ist mir egal. Boah, Alter. Boah, Alter. Blöder Schleim, ey! Hast du solche... Masch... Maschrum... Gras... Seeds? Alter! Ach, du Noob. Du Noob auch. Lol. Wo seid ihr genau gestorben? Ich muss das wissen. Link. Damit ich euer Geld kriegen kann. Ihr links gestorben seid, ist mir klar. Ja, Park, falsch. Okay, da sehe ich es. Da legt euer Geld drum. Trink mal ein bisschen Dreck mit. Wir machen jetzt seine eigene Pilzfarm. Jo, mich sammeln. Wo macht ihr die? Hast du hier, äh... Clemen, hier hast du diese blaue Seed. Machst du die Pilzfarm? Hey. Was? Meinst du diesen blauen Dreck da? Ja. Ne, den habe ich also. Ich habe ein bisschen was abholzen können. Aber nicht viel. Zwei Stück, glaube ich, nur oder so. Ja, ich habe auch drei, weil wir brauchen das gleich, damit das dann wächst und gedeiht. Komm mal her zu den Pilzen, dass ich euch Dingens geben kann. Jo. Ah, ich komme. Moment, ich komme sofort. Den Goldhelm. So, ich bin da. Ja. Clemen, du hast schon Silberhelm. Gibst du dann, äh, Dingens, dein Silberhelm danach? Jo. Gut, da hast du den Goldhelm. Okay, gut. Und diesen großen Pilz hier kann man abformen? Ja. Ja. Wieso sind da noch mehr oder was? Ein großer Pilz ist noch da. Okay. Und... Ey, du Klauer! Klaut mir die Pilze. Wir brauchen den Dreck, weil dieses Seed kann man nur auf den Dreck... Ey, ich meine, ich habe gerade den Baum zerstört und jetzt die ganzen Pilze hast du eingesammelt. Kann man nicht irgendwie das blaue Zeug da bauen? Ey, gib mal jetzt, äh, Danny, deinen Silberhelm, Clemy. Ja, und gib mal direkt dieses, äh, zum Pflanzen das Zeug. Na, jetzt. Obsidian, 33 hab ich noch. Ja, da kannst du nachher nichts vor tun. Okay. Hm, nur blaues Zeug nämlich nicht. Ja, natürlich, komm her, du scheiße. Ey, jetzt, dich nicht runterlassen. Einfach verteidigen mal hier. Komm mit, ich bin der Anführer. Okay, hier unten ist nur so eine... Anführer. Ja, ich bin der Führer. Okay. Rechts vor links. Ja, genau. Rechts vor links. Ja, gleich rechts vor links. Haha. Na? Das war wohl nichts. Erster. Oh. Direkt der Gaylord. Viel Spaß. Super. Äh, habt ihr genug Dreck? Ja. Keine Ahnung, ob das genug ist, was ich hier hab. Ich hab auf jeden Fall ein Wissen. Ich fahr noch ein bisschen ab. Müssen weitersuchen. Wo hab ich denn überhaupt dieses blaue Zeug? Geh. Weitersuchen nach wichtigen Items und Küstern. Oh nein, Mutterschleim. Nein, Mutterschleim. Hihi, das schleimt sich. Hehehe. 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 Das hätte ja nicht verhalten. Gut, Clemi. Heb mal das Geld dann noch auf. Von, äh... Schlecht. Von Dani. Von Dani? Äh, von Clemi. Habe ich. Okay, gut. Ähm, okay. Ich muss dann gucken, wo ich die Pilzfarm baue. Möglichst so, dass wir dann schnell... Ah, verdammt. Ein Hammer. Warte mal, wie kann ich mir ne... Crafting Bar machen, hier. Wir müssen noch mehr Pilzfarm hier entdecken. Okay. Dann bauen wir uns eigentlich riesige Pilzfarm. Ich hab ein weiteres Herz. Wie viel hast du denn schon? Du hast doch schon 180 life. Ich hab jetzt 200 Leben. Kling. Hooray. Nächste gehört wieder mir. Nö. Wenn du sie findest, gehört sie dir. Toll. Wer sie findet, kriegt sie. Ach so. Na, wenn du mit diesem Prinzip spielen willst, okay. Auf jeden Fall. Dani, du bist übrigens recht gestorben. Ja. Ähm. 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 Hier ist nur Kopfer. Höhlenforscher. Waaah. Ops. Das war grad echt Glück, dass die Viecher mich getroffen haben hier. Sonst wäre ich gerade krepiert. Schade. Eine weitere Küste. Nice. Erstmal alle Viecher hier umbringen. Hilfe. Sie wollen mich alle umbringen. Wenn Pegasus Stiefel drin sind, kriegt's ja einer von euch. Ich hoffe mal, dass da keine Pegasus Stiefel drin sind. Irgend so ein Accessoire aus der Rüstung bringt. Ach, das kann man da zusätzlich anziehen. Okay. Wie viele Obsidian Scouts kann man da nicht anziehen? Äh. Du kannst so viele anziehen, wie du willst, aber die Frage ist, was bringt das? Die Fans? Ach, ach. Naja. Auch nur zwei. Ja und? Mehr als meine Kupfer-Leggings. Magic Mirror hab ich bekommen. Was macht der? Ah, damit kannst du dich backporten. Zurück? Zum... Ja, zum Swarmpunkt. Nice. Jederzeit? Jup. Geil. Und immer wieder. Das ist echt geil. Kann jemand hier helfen mit der Pilsfromm. Klar. Meine, wo bist du dann? Auf dich kommt, das ist definitiv zu viele Gäste. Das ist eben definitiv zu viel Geld. Gäste, wie zwölf. Ja, das ist wirklich so glücklich.